Servus! Dieses Lied widme ich allen Pflegekräften bei uns. Viel Spaß mit der Quarantäne! Viele sind Single und hätten gerne Date. Drum schauen sie ins Internet, wo es denn so hergeht. In den Portalen sind schon viele Deppen drin. Doch manchmal ist's echt nett und da treffen Marzen. Doch plötzlich spricht der Söder wegen der Pandemie. Er sagt, ihr bleibt jetzt alle da holen, keiner geht mehr wohin. Das trifft die ganzen Singles mitten in das Herz hinein. Und so hört man sie immer wieder schreien. Die Quarantäne versaut meine Pläne. Ich wollt doch ein Rendezvous. Jetzt bleibt meine Türe zu. Ich hätte mich heute so gerne noch geliebt. Jetzt bleibt mir halt wieder nur der Handbetrieb. Die Eltern von heute sind erfolgreich und von Welt. Streben nach Karriere und nach immer noch mehr Geld. Die Bildung von den Hochbegabten und die Erzieherei ist doch ein Klacks und kann so schwer nicht sein. Doch auch auf Amoida-Söder in dem Fernsehen spricht. Liebes Bayernland, wir machen alle Schulen dicht. Das trifft die ganzen Eltern mitten in das Herz hinein. Und so hört man sie immer wieder schreien. Die Quarantäne versaut meine Pläne. Die Quarantäne versaut meine Pläne. Ich wollt doch am Pooling. Jetzt mach ich Homeschooling. Und dass mein Buhr kein Einstein ist, das geb ich jetzt ja zu. Ich möchte nur wieder in Arbeit, da hab ich endlich mal Ruhe. Die guten Seelen im Kranken- und Pflegeheim, das sind die Pfleger, denn nix läuft von allein. Die Arbeitsbedingungen erlauben kaum Qualität. Doch die Finanzierung, die sagt, das so schon geht. Der Söder sagt aus Italien, da kommt der Virus rauf. Wir stellen jetzt sofort mehrere Krankenbetten auf. Das trifft die ganzen Pfleger mitten in das Herz hinein. Sie stellen sich der Lage, doch eigentlich müssten sie schreien. Die Zeit der Quarantäne kostet mich eine Träne. Ich arbeite rund um die Uhr und alle applaudieren uns nur. Und wenn die Krise vorbei ist, klingt das Klatschen fast wie hoch. Der Staat kriegt dann die Kurven und wir wieder nur Hungerlohn. Denn ohne unsere Pflegekräfte lafft heute amoi nix. Drum gibt's den Elaivia Kohle. Himmelkreizkruze. Kommt. Kommt. Wenn du nicht mehr schreckst.